Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, was ist denn das? Das ist eine Lampe und die will ich euch heute vorstellen. Das ist die TTDL18 von Taotronics. Eine wirklich wunderschöne Lampe aus komplett Aluminium gefertigt, aus gebürstetem Aluminium. Und ihr seht schon, das Teil, ja das ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Ein super minimalistisches Design und komplett aus gebürstetem Aluminium mit vier Farbtemperaturen und vier Helligkeitsstufen ausgestattet und einer Touchbedienung und wirklich einer hervorragenden, super tollen, massiven und edlen Verarbeitung. Jetzt habe ich aber mal genug mit Adjektiven um mich geschmissen. Also ihr seht schon, ihr könnt das Teil hier frei einstellen. Auch die Gelenke, die hier die Verstellbarkeit gewährleisten, sind komplett aus Metall gefertigt. Und ich kann euch sagen, das Teil hier, das fühlt sich super robust an, als könnte man damit irgendwie sogar ein Safe aufbrechen oder so. Kann man natürlich nicht. So, aber nun die Verstellung. Gehen wir kurz mal darauf ein, wie viel können wir das Teil denn insgesamt verstellen. Den oberen Teil hier, den können wir in einem Winkel von 145 Grad verstellen. Das ist schon eine ganze Menge. Da findet man auf jeden Fall schon mal die passende Position für einen. Und hier unten ist es etwas weniger. Hier unten haben wir einen Verstellwinkel von maximal 135 Grad. Also ich denke mal, das sollte reichen für jede erdenkliche Position. Jetzt kommen wir mal zur Bedienung. Ihr seht, wir haben hier zwei kapazitive Buttons mit eingebaut. Mit dem oberen können wir die Lampe einschalten, einfach einmal drauf tippen und schon ist das Licht hier oben an. Wenn wir dann nochmal drauf tippen, dann schalten wir durch die verschiedenen Helligkeitsstufen. Also wir haben hier insgesamt vier Stück zur Auswahl, damit wir dann auch jede Farbtemperatur so hell einstellen können, wie wir das in der aktuellen Situation brauchen. Hier unten drunter können wir dann die besagte Farbtemperatur wechseln. Wir haben da Stufen von 6000K, 5000K, 4000K und 3000K. Soll einfach nur heißen, wir haben hier eine Stufe, die sieht relativ gelb aus, also gut zum Lesen. Die zweite ist schon etwas mehr ins Weißliche rein. Die dritte ist ziemlich, ja, ein bisschen schon im pläulichen Bereich. Und die vierte ist dann sehr im pläulichen Bereich und das Ganze kann man dann natürlich hier noch bei jeder Farbtemperatur dementsprechend dann dimmen oder heller schalten mit der oberen Taste. Ausgeschaltet wird die Lampe einfach durch kurzes Halten des oberen kapazitiven Buttons und dann ist das Teil direkt wieder ausgeschaltet. Verbaut sind hier natürlich LEDs, die bieten euch eine super lange Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden. Und ja, da könnt ihr eine ganze Weile lang hier mit Licht machen. Der Standfuß, der ist natürlich auch komplett aus Metall, aus gebürstetem Aluminium, um genau zu sein, gefertigt. Und der bietet einen sehr sicheren und festen Stand. Ich versuche mal, das jetzt hier so zu drehen, denn da ist so eine Anti-Rutsch-Schaumstoffbeschichtung unten drunter auf der kompletten Breite des Fußes. Und somit hat er wirklich einen sehr, sehr sicheren Stand. Und ihr seht ja schon, dass ich das hier ziemlich leicht mit einer Hand verstellen kann, ohne dass sich hier großartig was verschiebt. Das heißt, der Standfuß, der ist wirklich gut und sehr massiv. Kurz nochmal zum Design. Also mir gefällt das wirklich ausgesprochen gut. Ich stehe ja auf so minimalistisches Design, so ein wenig industrielles Design. Und auch hier die Gelenke haben so ein wunderschönes Muster reingearbeitet in diese Abschlussknöpfe an der Seite. Also echt ein ganz, ganz super tolles Design. Gefällt mir ausgesprochen gut. Der Stromanschluss, der ist auf der Rückseite. Da haben wir hier so einen kleinen Stecker. Da kommt dann das Netzteil dran und somit ist dann hier die Lampe auch mit Energie versorgt. Tja, und viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Eine super schöne LED-Lampe aus gebürstetem Aluminium mit vier Helligkeitsstufen und vier verschiedenen Farbtemperaturen von Taotronics. Also ich finde das Teil wirklich super. Wenn es euch auch gefällt, geht mal hier unten in meinen Amazon-Link rein. Schaut euch das Teil an. Kostet 65 Euro, aber Verarbeitung, Design und Qualität, die rechtfertigen den Preis ja wirklich absolut. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Wer die bestellt, der wird damit absolut zufrieden sein. Und das wäre es dann gewesen, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut. Tschüss. Und aus. Hast du das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal hier bei mir.